Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn euer WLAN auf iOS irgendwie komisch ist, dann fällt iOS 7 jetzt öfters mal ein, dass es doch eine SIM-Karte drin hat und dass es doch, wenn es ins Internet möchte, einfach auch diese SIM-Karte benutzen könnte, obwohl das WLAN aktiv und eingebucht ist. Ich bin hier mal gespannt, ob das bei euch jemals funktioniert hat. Bei mir tut es nämlich nicht. Es funktioniert dauernd, auch wenn es nicht soll. Nämlich, wenn… Können wir irgendwie das mischen? Also die Idee ist, dass das iPhone möchte unbedingt ins Internet und es nimmt die Netzwerkverbindung, die besser funktioniert. Und wenn das WLAN nicht funktioniert, weil jemand das Kabel rausgezogen hat aus der Airport, dann fällt es zurück auf das 4G. Weil Vodafone ist 4G. Und das ist einerseits ganz praktisch, weil es geht auf jeden Fall irgendwie Internet durch. Andererseits, dieses 4G ist auch so schnell wie mein DSL und das WLAN. Das heißt, ich merke es auch nicht, wenn ich nicht hingucke. Das heißt, wenn ich darauf angewiesen wäre, dass der Vertrag da nicht irgendwie absperren würde irgendwann mit Netzneutralitätsspezialvertrag, dann bin ich möglicherweise auch schlecht dran. Wenn es mir egal ist, dann funktioniert es und ist toll. Andererseits sehe ich auch bei Apps, zum Beispiel beim Tweetbot, dass er nicht streamen möchte, weil er sieht, oh, ich habe nur Dings. Nur 4G statt Wi-Fi. Was auch blöd ist, wenn du ein funktionierendes WLAN hast, was aber nicht am Internet steckt. Und du hast an diesem WLAN dein iPhone angebucht und deinen Airplay-Lautsprecher und du möchtest aus einer Musik-App Musik auf diesen Lautsprecher schicken, aber der Airport hat kein Internet nach draußen. Dann sieht das iPhone, oh, kein Internet ist da, ich habe keine IP-Adresse. Ich fahre jetzt mal einfach auf 4G zurück und der Airplay-Lautsprecher ist dann nicht sichtbar, weil er ist ja nicht verbunden. Ja, also es ist so gut und schlecht gleichzeitig. Also bei mir ist es dann eigentlich immer nur schlecht gleichzeitig. Also bei mir ist es so, ich fahre vom Büro weg und das iPhone ist auch sehr lange in der Überzeugung, ja, da ist noch WLAN und ich bin auch eingebucht. Und zwar sehr lange. Also ich kann mir nicht, wir haben schon abgefahrenes WLAN im Büro, aber so abgefahren jetzt auch wieder nicht. Und das heißt, ich kann erst mit Siri interagieren, wenn ich zwei Kreisverkehre weiter bin und das ist schon ein ganz schönes Stück. Und das ist super nervig, weil mein Telefon nicht der Meinung ist, ja, da geht kein Netz durch, ich mache jetzt mal UMTS, was da ja auch rumfliegen würde. Ja, also es ist gut gemeint, aber es funktioniert nicht zwangs und man merkt es auch nicht. Also wenn du dann in deine WLAN-Settings gehst, dann ist da noch der Haken dran und er sagt, ja, ich bin verbunden, aber oben im Statusbar ist halt kein WLAN-Zeichen, sondern nur 4G angezeigt. Ich habe hier die AirPod neulich abziehen müssen aus nicht genug Kabelgründen und dann hatte ich hier so ein bisschen Chaos, weil das Gerät gemeint hat, es ist nicht mehr da und woanders und so. Aber sollte man darauf achten, falls man einen möglicherweise in Deutschland einen gedrosselten Vertrag hat und da vielleicht nicht reinfallen möchte. Ja. Gut. Leo möchte seine Bude vermessen mit Prozess.